Liebe Schwestern und liebe Brüder, herzlich willkommen. Wir sind hier in Rom in der Kirche Santa Maria dell'Anima und durften gerade miteinander hier den Gottesdienst feiern. Santa Maria dell'Anima ist die deutsche Gemeinde in Rom. Es ist ein bisschen Heimat in der Ferne sozusagen, aber es ist trotzdem nicht einfach nur eine heile Welt oder ein netter Ort, wo man sich sozusagen einigeln könnte, sondern es ist auch international. Wir durften den Gottesdienst heute feiern zusammen mit dem Bischof von Innsbruck. Zusammen mit einem Bischof aus Äthiopien, mit Priestern aus aller Herren Länder, die unter anderem auch hier sind, weil hier gerade das Weltfamilientreffen im Vatikan stattfindet. Es ist immer schön zu sehen, dass die Kirche nicht einfach nur eine Zusammenstellung von einigen wenigen Gemeinden ist, sondern dass wir international sind. Alle Kulturen, alle Menschen, alle sind zusammengefasst in Bezug auf die Freundschaft zu Jesus Christus, in Bezug auf unseren Glauben, auf eine gemeinsame Hoffnung. Und eine gemeinsame Liebe. Ich finde das immer gut, den Blick zu weiten und zu sehen, wer gehört alles dazu und dann festzustellen, Platz haben wir in unserer Kirche wirklich für jeden. Es grüßt euch und sie ganz herzlich aus Rom. Tobias Zöller, bis bald. Bis bald. Vielen Dank.